So, lieber Rabenfreaks, jetzt erkläre ich nochmal für diejenigen, die das noch nie gesehen haben, wie man jetzt die Schnitthöhe bei so einem Spindelmäher einstellt. Und zwar braucht man dazu eine Leere. Das kann also hier ein ganz einfaches Aluprofil sein. Und die Schnitthöhe wird bestimmt zwischen der Auflagefläche hier und der Unterkante des Kopfes. Und ich hatte hier auf 14, ja, und stelle jetzt auf 7 Millimeter. Für das Grün. Ich messe also jetzt hier mit meinem Lineal genau 7 Millimeter ab. Dann, naja, ich darf die Schraube nicht drehen. Dann ziehe ich diese Flügelmutter fest, kontrolliere nochmal, 7 Millimeter. So, dieser Kopf, der muss dann auf dem Untermesser, also genau auf der Schnittkante, aufliegen. Hier, diese Kopfunterkante, die muss da aufliegen. Also da fehlt natürlich jetzt richtig was. Die muss da einhaken, das seht ihr gleich. Damit wir jetzt da hinkommen, müssen wir die Frontrolle zurückziehen, also hochheben, also hochschrauben. Und das macht man hier mit dem Verstellmechanismus. Dazu löst man hier die Sicherungsmutter. So, auf beiden Seiten. Gut, und jetzt kann man halt mit diesen Verstellschrauben, kann man jetzt diese Halterung, nennen wir sie mal Halterung, hochschrauben. Und ihr seht schon, wie jetzt die Frontrolle angehoben wird. Das machen wir auf beiden Seiten, mehr oder weniger gleichmäßig. Und das ist echt ein ganzes Stück. Also da muss ich echt lange schrauben, bis ich tatsächlich diese 7 Millimeter erreicht habe. Ich habe es natürlich schon ein paar Mal gemacht. Von daher weiß ich, dass ich ganz bis zum Anschlag schrauben muss. Wunderbar. So, hoch, hoch, hoch. Jetzt kontrollieren wir mal. Kann ich jetzt schon diesen Schraubenkopf auf das Untermesser raufsetzen? Nein, kann ich noch nicht. Ich muss noch weiter hochschrauben. Und das ist tatsächlich jetzt auch ein bisschen grenzwertig. Und jetzt komme ich rauf. Das ist genau die Schnittkante. Und hier und vorne und hinten liegt ja der Meer auf dem Boden auf. Und dann wird in der Höhe das Gras abgeschnitten. Jetzt kann ich halt den Schraubenkopf noch ein ganz bisschen den Schraubenkopf auf die Untermesserkante auflegen. Das musst du mit so ganz, oh weißt du, was ich vergessen habe? Ich habe wieder vergessen, den Stecker zu ziehen. Das geht nicht, Andreas. Du musst immer dafür sorgen, dass die Maschine ausgeschaltet ist. Noch ein bisschen. So, jetzt geht das so schmatzensaugend auf dem Untermesser drauf. Also die Maschine oder das Mähwerk, das liegt ja hinten mit der Heckwalze oder Heckrolle auf dem Boden auf und mit der Frontrolle auf dem Boden auf. Das ist quasi das Null. Und von da an, und das simuliert quasi hier diese Platte. So, und von dieser Auflagefläche, da wo die Rollen über den Boden rollen, da dann eben hochgesetzt ist die Schnitthöhe, wo das Gras abgeschnitten wird. Und wenn ich jetzt hier so zum Messer messe, habe ich jetzt hier siebeneinhalb Millimeter. Gut, das muss natürlich genau in der Mitte sein. Und muss genau hier zu der Schnittkante, Untermesser zu Spindelmesser, genau zu der Schnittkante, müssen die sieben Millimeter eingestellt sein. Ich kann das mal so ganz genau ranhalten. Und dann haben wir genau die sieben Millimeter. Das ist jetzt die Schnitthöhe. Und das muss natürlich auf beiden Seiten gleich eingestellt sein. Und idealerweise rutscht also dieser Schraubenkopf so ganz schmatzig, mit so ganz leichter Vorspannung auf beiden Seiten auf dieses Untermesser. Das ist perfekt. Dann haben wir wirklich so die gleiche Vorspannung auch. Ganz leichte Vorspannung. Und dann haben wir einen exakt ebenen Schnitt. Okay, und wenn ich jetzt anziehe, wenn ich jetzt die Sicherungsschrauben wieder anziehe, dann habe ich das Problem, dass dadurch leider auch nochmal dieses Abstandsmaß etwas verändert wird. Das ist ein bisschen blöd, aber es ist so. Deswegen muss man es nach dem Festziehen nochmal kontrollieren. Schmatzen saugend kontrollieren. Passt. Alles gleich geblieben. Das war jetzt Teil 1. Jetzt kommt noch der Gruma. Diese Gruma-Messer, die sollen jetzt genau auf der Hälfte der Schnitthöhe das Gras vertikal schneiden. Also nicht tiefer. Das heißt, bei sieben Millimetern ungefähr bei dreieinhalb Millimeter. Ungefähr genau. Zum Gruma-Messer messe ich jetzt auch den Abstand. Ne, so rum. Beziehungsweise will der gerade gar nicht hochkommen. Aha. So. Das ist ein Gruma-Messer. So. Annen muss ich ihn ja absenken, nicht anheben. Absenken muss ich ihn. Ich habe wieder verkehrt herum gedreht. So, dreieinhalb Millimeter. Andere Seite. Absenken muss ich den Gruma. Klar, der Abstand ist zu groß. So. Aha. Ja, jetzt geht's. Anheben ging nicht mehr. Dreieinhalb Millimeter. So, das sind jetzt dreieinhalb Millimeter zu diesem Messer. Sieben Millimeter Schnitthöhe, dreieinhalb Millimeter über dem Boden schneidet der Gruma rein. Jetzt machen wir zum Schluss noch eine Sache, habe ich gerade gesehen, dass hier nicht ganz sauber eingestellt ist. Ich habe hier so eine Metallschiene, die soll anderthalb Millimeter über dem Messer laufen, ungefähr. Und die hat ein bisschen zu viel Abstand. Und das sorgt dafür, dass das Gras möglichst gut aus der Spindeleinheit rausgeschleudert wird. Und zwischen dem Messer und dieser Metallschiene sollen ungefähr eins bis anderthalb Millimeter sein. Das war ein bisschen viel, das ist wieder zu viel. So ungefähr genau. Damit wird das Gras dann besonders gut. Hier ist noch ein bisschen zu eng. Da muss ich ein bisschen rauf. So. Damit wird das Gras besonders gut in den Fangkorb geschleudert. Und als letztes kontrollieren wir nochmal den Schnitt mit meinem Schnittpapier. Das habe ich mir noch nie gezeigt. Das habe ich im letzten Jahr schon mir besorgt. Beziehungsweise ich habe ein paar Probeblätter bekommen. Von einer Firma, die bietet Graspapier an. Also Papier hergestellt aus Gras. Mit dem Graspapier kontrolliere ich jetzt meinen Schnitt. Und es ist wirklich immer wieder sensationell, wie dieses Messer schneidet. Das ist ein wahres Träumchen. Ja. Könnt ihr ja mal gucken. Unbezahlte Werbung. Also ich habe dieses Papier bekommen. Ich glaube, da mache ich jetzt hier keine Werbeeinblendung. Graspapier. Das hoffentlich ein bisschen schneller vergammelt als normales weißes Papier. Fand ich ein bisschen ökologisch cool. Wir mähen jetzt mit Fangkorb. Um mal zu zeigen, wie viel Schnittgut von dieser kleinen Fläche, 20 Quadratmeter, jetzt herunterkommt. Das machen wir noch zum Schluss. Yeah. Ja. 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 Musik Mist, da habe ich rausgemäht, nicht gesehen, lag im Schatten So Oh, es ist so krass Wahnsinn, oder? Wahnsinn Krass